Hier ist er, der Mann im Leoparden-Mantel. Hier ist für Sie Dr. Will Päger. Ich leckte am Eis und ließ es mir schmecken. Sie haben 1996 Ihren Abschluss gemacht in Bochum, in den Rechtswissenschaften. Sie haben als Rechtsanwalt praktiziert, praktizieren immer noch. Wie sind Sie denn zur Comedy gekommen? Ja, das ist eigentlich, muss ich immer sagen, mein Bruder da, der Initiator und Inspirator. Der war ein gutes Jahr jünger und ist zwar jetzt als Arzt und Zahnarzt tätig, aber war eigentlich immer von Kindheitsbeinen an schon daran interessiert, selber auf die Bühne zu gehen. Hat dann auch sehr intensiv, ist ein sehr guter Musiker in Klavier, Gitarre und hat dann hier den Comedy-Boom sozusagen, als der hier in Deutschland so einfing, auch so 98, 99 und hat dann angefangen und sich da sehr wehre, also wahrscheinlich auch gerne sogar, statt Arzt zu werden, lieber Musiker oder Comedian geworden. Und hat mich dann einfach mal irgendwann gesagt, weil es bei ihm noch nicht so ganz anlief, wie er das wollte, sagte er, jetzt brauche ich mal Verstärkung, komm du doch mal mit auf die Bühne. Seit drei Tagen versuchte ich nun schon, die Eisscholle, auf der ich trieb, in die Form eines kleinen Bootes zu lenken. Dann brauchte ich nur noch günstige Winde, um mit meinem Leopardenmantel als Segel in wärmere Gefilde zu gelangen. Rechtswissenschaften ist eigentlich ein sehr, sagen wir mal nicht biederer Beruf, aber ein sehr konservativer Beruf, genau. Sind Sie denn im Gerichtssaal genauso oder eher anders? Das ist auch immer eine sehr gute Frage. Das überlege ich auch oft in letzter Zeit selber. Es ist eigentlich doch jetzt so, dass ich sage, jetzt gerade durch die Comedy oder seitdem ich jetzt intensiver Comedy mache, bin ich zumindest so, wie ich mich das selber beurteilen kann, im Gerichtssaal, was heißt, lockerer, entspannter geworden. Wobei ich immer sage, entspannt in der Form, hart und präzis in der inhaltlichen Sache. Das heißt aber, ich mache also und stelle fest, dass gerade bei jungen Richtern das gerne auch gesehen wird, wenn in der Form her nicht zu steif, nicht sehr förmlich und kompliziert gesprochen wird, sondern wenn man das Ganze so ein bisschen auf den Punkt bringt. Und da sage ich, habe ich da sicher so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen in der Comedy, so ein bisschen an Lässigkeit gelernt, ohne wie gesagt natürlich, dass darin in irgendeiner Form die inhaltlichen Sachen gelitten haben. Ich bin ein heiterer, gelassener und glücklicher Mensch, weil ich ein absoluter, verfechter, radikaler Gewaltlosigkeit im Stile Mahatma Gandhi bin. Wenn jemand versucht, mich zu provozieren, gibt's auf die Fresse. Logisch. Aber nur, wenn der andere schwächer ist. Der Stil der Comedy, ich glaube, der ist total innovativ, nagelneu, den hat es noch nie gegeben. Wie beschreiben Sie den? Weil ich natürlich, das war vielleicht auch ein Grund, eigentlich nie der große Schauspieler war und das eigentlich auch nie in der Form sein wollte. Anders als mein Bruder, habe ich vielleicht da aus der Not eine Tugend gemacht, habe gesagt, ich nehme jetzt mal eine Figur, die wirklich ganz konträr zu der üblichen Comedy, ganz starr vor dem Mikrofon steht. Geht also von der Form ganz anders, eben auch mal so meinen konservativen Anzug dann einfach mal mit einem ganz anderen, so wie nennt es Leopardenmanschel kombiniert und habe dann eben in der Sache so ein bisschen diese Abenteuer, ich sage immer so skurrile Abenteuergeschichten genommen. Ja, ich freue mich sehr, heute das erste Mal hier in Hamm für Sie auftreten zu dürfen und im Publikum, wie ich gesehen habe, heute Abend sehr viele schöne, attraktive, elegante Frauen. Keine billigen Tussis und Schlappen. Schade eigentlich. Also das erste Mal in Hamm. Genau. Wie ist Ihr Eindruck? Sehr, sehr gut. Also ich bin, kannte Hamm so ein bisschen jetzt zufälligerweise natürlich in meiner Referendarzeit war ich jetzt hier drei Monate am, ist ja das Oberlandes, für uns zuständige Oberlandesgericht und hatte da eben ein paar Mal die Woche immer dann hier bei meinem Richter tätig, habe aber die Hallen hier selber in der Form nie kennengelernt. Ich muss sagen, war sehr angenehm, überrascht sowohl von der Atmosphäre als auch gerade von den Zuschauern und muss sagen, freue mich hier sein zu dürfen und hoffe, dass ich jetzt das häufig mal in Hamm spielen darf. Ja, das hoffen wir auch. Vielen Dank, Herr Dr. Werfelger.